Ja, sehr gerne zeige ich euch einen Einblick in mein Phänomenalbuch. Das ist phänomenal und mental ist eben auch drin enthalten, weil mein ganze Mental Load, alles, was ich im Kopf habe oder irgendwo auf einem Zettel oder dort erledigen sollte, das ist da drin. Darum nenne ich das auch mein externe Hirn. Das Lässige ist, dass ich da ein Inhaltsverzeichnis habe und die Seitennummerierung, damit ich immer alles wieder finde. Und es ist super geeignet, um alltagstaugliche Sachen reinzutun. Schöne Momente im Alltag oder Sachen, die ich erledigen muss, die ich daran denken muss. Es ist auch wunderbar, um Schriften sammeln. Ich bereite auch Kritzelspass oder mitmachen. Sketchnotes. All das, was mir Kurs anbietet. Und ganz am Schluss teste ich da meine Stifte, weil die manchmal durchdrucken. Und dann habe ich da eine schöne Sammlung ganz am Schluss. Danke für euer Interesse und bis hoffentlich bald in einem von unseren Kursen. Das ist der Phänomenalbuchkurs.